Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Rocket League. Ja, heute am Mittwoch spielen wir heute nochmal zwanglos, nächste Folge dann wieder kompetitiv für den lieben guten Niklas. Ich hab's nicht vergessen, du magst diesen Spielmodus. Heute nochmal zwanglos. Ich hab mich so ein bisschen dran gewöhnt, letzten Folgen waren ja auch so ein bisschen durchwachsen gewesen, mal gewonnen, mal verloren, aber was soll's. So, Beitritt läuft. Oh, und ich bin gespannt, Rocket League, Champions Field, Weihnacht. Letzte Folge haben wir immer nur bei Tag gespielt, jetzt spielen wir mal wieder bei Nacht hier. So, ich bin wahrscheinlich hinten. So, ich hab grad schon gemerkt, die Ping ist wieder sensationell, grad beim Anstoß gemerkt. So, ich schieße halt mal vor, ne? Da kommt auch schon die Ping. Oh, Moment. Ich muss mal ganz schnell zurück ins Tor formieren. So. Eieieiei, was ist hier los? Was für ein Schuss? Erstmal gucken wir, ja, hier bei uns ist hier der Power, Dani und Bobo sind bei uns. Power, Dani und Bobo. Aber ich bin schon wieder so ein bisschen von der Ping hier so ein bisschen beeinflusst. So. Oh, genau, hau ab, Junge. Oh. Mann, 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 was für eine Parade. Richtig krass. Oh, ja. Da können wir ganz schnell gucken, warum die Ping hier so abkackt. Habe ich hier irgendeinen Update? Nein, habe ich nicht. Alles klar. Geil. Ja, Mann. So, 1-0. Ich glaube, jetzt bin ich wieder voll dabei hier. Guter Schuld, schreiben Sie hier oben. Dankeschön, muss ich natürlich auch noch schreiben. Ja, ich schreibe es für meine Schuld. Ja, wo war das? Danke. Ich bin kurz raus hier aus dem Spiel. So. Halt. Oh, nein. Wo schießt du hin? Oh. Ist gerade so dazwischen mit der Motorhaube. Junge, 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 Junge. Komm, hoch mit dir. Power, Dani. Sehr gut. Und los. Ab geht die wilde Fahrt hier. Ah, der kommt so weit rüber hier. Bobo am Start. Power, Dani und Bobo. Und Osthan und Brisi sind im Gegenspiel. Und Tutsi Pabel. Tutsi Pabel auch noch? Also Osthan, Brisi und Tutsi Pabel beim Gegner. Ah, der geht aber weit nach hinten hier. Nichts da. So, schöne Vorlage, aber haut nicht ganz ins Tor hinten rein. Erstmal konzentrieren hier. Gerade von Arbeit gekommen. Bin ja noch ein bisschen gestresst. Und hab mir gedacht, die Mittwochsfolge muss ich hier noch machen. Power, Dani, passt hier gerade auf. Ich hab mich ganz vergessen, für heute, für Mittwoch eine Folge aufzunehmen hier. Nein, Leute. Muss doch hinten bleiben. Kacke. Kacke, Osthan war's. Osthan, mit der Vorlage hier und dann Tutsi Pabel. Schön eingeflogen. Ja, da kannst du machen. Nichts, da musst du gucken zu. Okay, Power, Dani, muss anspielen und Bobo noch mit am Start. Oh. Dann fahr ich halt, wenn man Bobo nicht möchte. Und die Ping hat sich auch ein bisschen normalisiert. Wow. Holala, nie weit weh. Heidewitzka. So, ab, schnell nach hinten. Mal schnell einen Booster einseilen. Bobo schießt das Ding nach vorne. So, Moment. Ah, hör doch mal auf. Power, Dani, ich weiß ja, du willst eine Parade nach der anderen machen hier. So. Aber die Paraden gehören mir, mein Freund. Und Bobo, ab geht's. Komm, hoch mit dir. Nein, er fliegt und durch. So. Ah, kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Nein, Bobo. Warum, Bobo? Oh Gott. Ja, sehr schön. Nein. Power, Dani. Jetzt aber. Ostern. Oh. Er hält ihn. Und dann kommt er hier nochmal eingeflogen. Oben drüber. Aus dem Winkel nicht, mein Freund. War aber gut gemacht, auf jeden Fall. Was ist denn da mit Prisi los? Hat Prisi hier ein bisschen aggro gefressen, hä? Oh, ja. Bobo, warum? Oh Mann. Tut die Parade jetzt hier. Der Torschützer zum 1 zu 1. Und hier auch mit der groben Kelle. Der geht weit weg. So, fahren wir mal ganz schnell zurück hier. Ah, mein Boost nicht verbrauchen. Bobo. Boah, alle vorbei hier. Boah. Junge, junge, junge. Boah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und jetzt kommen wir hier aufs Tor gefahren. Ich muss aber ganz schnell zurück hier. Oh, was für ein Spielzug hier. Sehr schön geblockt. Aber mal eine Minute, 16 Sekunden noch. Die Mittwochsfolge hier bei Absurdsdruck. Let's play. Mit Rocket League. Ah. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt Richtung Tor gekommen wäre hier. Wow, Moment. Bobo. Dann doch, Bobo. Oh, Mann. Jetzt aber. Power, Dani, komm schon. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bobo, komm. Ja, es geht doch nach hinten los. Das geht doch hier nach hinten los. Das ist doch fast 11 Meter, was ihr hier macht, Leute. Der geht vorbei. Der geht drüber. Der geht auch drüber. Jüngste Ecke. Riesi dort drüben am Start. Power, Dani, komm schon. Nein. Es geht mir viel zu besser auf unser Tor hier. Oh. Ganz schnell zurück. 20 Sekunden. Da war immer noch hier ein gefährliches Spiel. Eine Vorlage. Oh, nicht da. Junge, Junge, Junge. Power, Dani, komm. Nee, Bobo war es. Oh, jetzt machen sie mich hinten noch weg. Leute, ich brauche euch noch eine Verteidigung. Oh. Komm schon, Bobo. Dani. Oh, Verlängerung. Und auf geht's. Oh. Bobo weg. Nein. Was ist denn nun mit Bobo los? Oh. Oh, Alter, war ich jetzt konzentriert. Das konnte ich überhaupt nicht kommentieren jetzt hier. So, ich schieße ihn halt mal weit vor. Na ja. Na komm schon. Jetzt muss aber Bobo mal mitfahren hier. Die stehen da hinten wieder zu dritt auf der Linie. Das gibt's doch gar nicht. Es ist Verlängerung. Es ist Verlängerung hier. Nein, warum fliegt Bobo mir da dazwischen? Oh, Junge, 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 ey. Oh, ich werde hier nur hin und her geschossen. Nein. Oh, nein. So eine Kacke. So eine Kacke. So eine Kacke. Ah. Na, man sieht's. Drei Paraden. Die meisten Punkte haben wir gemacht. Okay, wir suchen uns mal andere Mitspieler. Ist jetzt nichts gegen die beiden. Nichts gegen Power Dani. Oder Bobo. Also wirklich, er hat gut mitgespielt. Aber, da hat ein bisschen was gefehlt, ne. Muss man dazu sagen. Ein bisschen den kleinen Attacken hat er noch gefehlt. Sonst hätten wir das Ganze gewonnen. Ne, aber nichtsdestotrotz. Die zweite Runde hier bei Abschlusser Classplay. Wer ist denn noch mit am Start? Wer schaut jetzt noch mit zu? Schreibt's bitte in die Kommentare. Schreibt einfach nur, ich bin da. Ich bin hier. Oder, ja, grüßt ein paar Leute, ne. Ich grüße sie dann natürlich auch im Video, ne. Also, das ist überhaupt kein Problem für mich. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefällt bis jetzt. Das mit der Ping scheint hinzuhauen. Nur das mit der Match-Suche noch nicht so richtig. Wie gesagt, ich komme gerade von Arbeit. Also nicht wundern, wenn das heute nicht ganz so kommentatorlastig ist. Aber wir zocken heute am Mittwoch bei minus zwei Grad. Rocket League. Na, da passt das ja mit dem Raketenantrieb. Da wird uns schön warm um die Nase. Und hier die Suche läuft. Und da ist es auch schon. Ein Beitritt läuft. So, wo schießt es uns denn hin? Es schießt uns in den Backmiss Park am Tag. Und wir spielen zusammen mit Tuni und Win Mistry. Und wir haben den Ball. Wir haben den Ball. So, der drüben muss einer mitfahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da geht's vorbei. Da stand ich goldrichtig nur mit. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tuni und Win Mistry. Kommt, reißt euch ein bisschen zusammen hier. Schöner Schuss aufs Tor hier. Aber wie da. Hat gehalten. Win Mistry schießt rechts vorbei. Oh, nochmal. Was für ein Block hier. Klausenberg-Pete hat's kurz zeraucht hier. Und wie da. Oh. Er geht drüber. Da hast du keine Chance gehabt, mein kleiner Freund. Nein. Was für ein Fauxpas dann von Tuni hier. Komm, überspiel den doch einfach, Tuni. Nein. Der kommt schon wieder in unsere Richtung hier. Der hat sehr schön in Win Mistry aufgepasst hier. Von der Bande holt er das Ding. Wario. Holt dann sich den Ball hier nochmal. Kleiner, kleiner Flieger hier drüben, ne. Ah, der will nur fliegen. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Es ist Rocket League. Oh nein. Da komm ich doch nicht dran. Win Mistry. Was machst du denn? Oh, jetzt liege ich hier erstmal auf dem Dach. Den Bus hole ich mir mal ganz schnell. Zwecks verteidigen. Win Mistry. Sehr gut. Schön über die Bande. Aber der Klausenberg-Piet kommt dazwischen. Und wie da jetzt hier am Start. Und Uari, der fliegt ja so gerne. Ist er eher am Ball? Nein, der Ball geht aufs eigene Tor da hinten. Und Klausenberg-Piet passt aber auch wieder. Und passt noch besser auf. Win Mistry jetzt am Start. Und da kommt der Ball. Aber Tuni ist am Start. Gut, brauche ich nicht eingreifen. Passt das Ganze. Und da hat es geschäppert. Win Mistry hat einen Torwart der gemacht. Schreibt aber auch, sorry. Muss ja nicht sein. Dreht ihr euch um bitte? Das wäre sehr gut. Ich wollte schon rausfahren jetzt. Oh, da passt noch das noch drin. Nein, das ist nicht drin. Nein, das ist doch wie den Fieber. Warum? Ah, ärgerlich. Okay. Macht nichts. Macht nichts. Wäre eine geile Vorlage gewesen. Für unser Tor wäre das gewesen. Aber jetzt stehen wir wieder hinten drin. Und weiter geht es hier. Win Mistry. Klausenberg geht jetzt im Schuss. Im Schussmodus. Aber Win Mistry holt nochmal den Ball von runter. Spielt aber das eigene Tor. Wieder Haare jetzt am Start hier. Aber von oben kommt Tuni. Kriegt den Ball nicht ganz weg. Win Mistry müsste sich jetzt umdrehen. Aber das passt nicht so ganz, was hier abgeht. Oh, was für ein Block. Über die Bande. Lasst doch, Jungs. Ihr habt einen Torwart. Könnt ihr euch ein bisschen auf das Spiel nach vorne konzentrieren. Ich mache das schon, weil ihr macht es sowieso nicht. So, auf geht's. Tuni, hoch mit dir. Ja, schade. Win Mistry umdrehen bitte. Komm schon. Nein, Klausenberg bietet es schneller. Waria oder ja, ich weiß nicht ganz, was das heißen soll. Irgendwas mit Oh, ne? Nein, nein, einfach mal Oh. Und Win Mistry, komm, umdrehen. Er fährt den Boost holen und fährt ganz weiter zurück hier. Holt sich den nächsten Boost. Lässt nichts für die eigenen Spieler da. Und dann so ein Ball nach hinten hier. Und dann so ein Ball nach hinten hier. Was ist da los? Komm, du hast ja den ganzen Boost geholt hier. Oh. Sehr gut. Alter, jetzt habe ich kurz geschluckt hier. Das hätte nach hinten losgehen können. Ne, habe ich blöd aufs Dach gekriegt hier. Sehr schön aufgepasst von Ministry. Und jetzt geht es ab nach vorne. Jetzt geht es ab der Bilderfahrt oder auch nicht. Ministry, komm zurück. Das war ja mehr als Glück. Das war ja mehr als Glück hier. Heute ist nicht so mein Tag, oder? Was sagt ihr? Und auf geht's. So. Muss ich halt mal ein bisschen mit nach vorne fahren hier. So. Und komm, jetzt könnt ihr. Ach. So. Ab wieder. Schreibt euch schon, sorry, aber macht doch nichts. Macht doch nichts. Wir liegen eins nur hinten hier, meine Freunde. Jetzt aber, komm. Ah, Mann. Das erste Spiel schon verloren. Ich will nicht nur das zweite Spiel verlieren hier. Ne, und dann irgendwie auch noch so durch so ein dummes Glücksding hier. Oh, komm, Tuni. Tuni, was macht ihr denn hier? Weck das Ding. Oh, jetzt aber. Tor ist leer, komm. Ja. Ja, Mann. Ja, es geht doch. Es geht doch. Alter. Haben wir aber auch hier, ne? Noch so ein dummes Glücksding. Muss man auch mal dazu sagen, ne? Nicht nur der Gegner hat Glück. Wir haben auch Glück. So, schießt du. Schießt, natürlich schieß ich. So. Da müsstest du mit ein Spiel, müssen wir noch ein bisschen lernen, meine kleine Freunde. Ministrie, blockt noch mal das Ganze nach oben weg hier. Aber wie da am Start. Oh, jetzt. Oh, jetzt. So, nichts da. Oh, der Ball kommt doch schon wieder hier. Tuni, kommt angeflogen hier. Wird das noch eine zweite Runde, zweite Verlängerung hier oder was? Was ist denn hier los? Passt noch jemand mit auf? Ja, Ministrie passt wieder auf. Guter Spieler hier. Spielt schön mit, spielt im Team. Aber Tuni auch. Tuni kommt noch mal mit helfen. Zwei Spiele, zweimal Verlängerung. Oh, sehr gut. Drei, zwei, eins. Hol den von der Bande. Schießt ins Tor, mein Freund. Nein, der war drin. Der war drin. Ah, schau an. Ich habe gedacht, er schießt hier. Oh, das war schön gemacht. Mit diesem Pass. Guter Schuss. So, da geht er rüber ins Eck. Jetzt muss man aufpassen. Zwei Spiele, zweimal Verlängerung. Klausenberg, Piet hier. Jetzt, komm. Ab geht die Bildepart hier. Schönes Ding. Oh. Oh, nein. Oh. Das war knapp, ey. So, jetzt komm. Tuni. Oh, da geht nach hinten los, Tuni. Was ist da los? Oh, ich block nicht weg hier. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt kommt die Zutritt hier. Und ich hoffe, von uns ist einer hinten. Oh, Winistri, aufgepasst. Sehr schön dazwischen geblockt. Komm, bring das Ding. Bring die Bude. Tuni. Macht was. Und einer Klausenberg, Piet. Oh, da ging in der Mitte. Das war nicht so gut. Sehr schön. Nein. Oh, schubst mich doch nicht so weg hier. Ein Schuss aufs andere hier. Was ist hier los? So ein knappes Ding, ey. 1, 1. Verlängerung. Wir sind schon bei 16 Minuten, Freunde. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und jetzt wird es wieder enger. Jetzt gibt es das ganze Ding hier wieder auf mich hier hinten. Oh, nein. Nein. Oh. Ja, da kann man TG trotzdem schreiben. Ja. So ein dummes Glücksding. In Botkarosserie haben wir bekommen. Okay, super. So ein dummes Glücksding, ne? Also ehrlich. Im ersten Spiel war man noch bester Spieler. Und jetzt war immer wieder nur hinten gestanden. Mich nervt es langsam. Aber einer muss es ja machen. Nichtsdestotrotz macht es ja trotzdem Spaß. Das wissen wir ja. Und wir werden uns dann wiedersehen. Am Wochenende, wenn ihr Bock habt. Samstag, Sonntag. Rocket League. Bei Abschiedsack, Let's Play. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch. Und liebe Grüße gehen raus an euch alle. Dranengeblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob. Ja, ciao. Macht's gut.